Wenn ich sowas in Händen halte, fahre ich schon fast an zu zittern. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine Anklageschrift. Sie werden angeklagt, Ihnen wird zur Last gelegt. Geht los, indem der Beschuldigte individualisiert wird mit Namen, Wohnort, Geburtsort, Familienstand, Nationalität. Dann kommen Zeit und Ort der Tatbegehung. Diese haben Bedeutung für die Verjährung und für die örtliche Zuständigkeit des jeweiligen Gerichts. Und dann ist es natürlich erforderlich, dass noch ein Tatort und ein Tatbestand angegeben wird. Angeklagt wegen Leistungsschwächen. Was du hast, ist zu wenig. Was du kannst, ist zu wenig. Angeklagt wegen Beziehungsproblemen, wegen Verantwortungslosigkeit, Fahrlässigkeit. Angeklagt, angeklagt. Du wirst angeklagt. Meine Ordnung sind voll von solchen Anklageschriften. Aber dann geht es ja noch weiter. Dann wird plötzlich das Urteil verkündigt. Und das Urteil wird gefällt im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Das heißt, das ganze Volk ist Zeuge davon. Dass man dich angeklagt hat und du jetzt verurteilt wirst. Vor aller Welt für schuldig befunden. Von aller Welt verurteilt. Abgeurteilt. Und so mancher Richter, der schwingt dann noch seinen Richterhammer. In amerikanischen Gerichtssälen ist der Richterhammer essentiell. Kommt immer wieder zum Einsatz, wenn der Richter um Ruhe bitten will. Oder um Aufmerksamkeit zu schaffen. Außerdem ist dieser Richterhammer so eine Art Autoritätszeichen, dass der Richter wirklich die Autorität besitzt, den anderen jetzt zu verurteilen. Boah, mir wird es da ganz schwindelig dabei. Denn das ist unsere Lebensrealität. Ständig angeklagt zu werden. Gott, schaffe mir Recht. Du höchster Richter, schaffe mir Recht. Verwirf mich nicht. Wenn im Hebräischen von Urteilen die Rede ist, von Recht schaffen, dann steht da das hebräische Wort Schaffat. Und wir denken dabei sofort an das deutsche Wort Schaffat. Schaffat früher ein Blutgerüst, eine bühnenartige Erhöhung, eine Richtstätte für öffentliche Enthauptungen. Schaffat im Hebräischen, richten im Hebräischen. Gott, richte mich. Heißt aber nicht, einen deliktischen Tatbestand feststellen und aufgrund dieser Feststellung dann urteilen und verurteilen. Sondern im Hebräischen heißt Schaffat sowohl richten, um zu helfen. Das sind Parallelbegriffe. Richter und Helfer gehören zusammen. Richten und helfen, das ist ein und dasselbe. Nicht richterliches Handeln, um zu enthaupten, um hinter Gittern zu bringen. sondern richterliches Handeln, um zu helfen. Um zu helfen, dass der andere wieder in den guten Ordnungen Gottes leben kann. Deshalb gibt es die Tora vom Richter Lebenszeichen, Lebensanweisungen, Lebensgesetze, nicht Strafgesetze, Anordnungen, die zu Ordnungen verhelfen wollen. Schaffe mir Recht, Gott. Führe meine Sache. So heißt es ganz oft in den Psalmen, so heißt es ganz oft in den verinnerlichten Gebeten des jüdischen Volkes. Schaffe du mir Recht, Gott. Denn ich weiß, wenn du Schaffat, wenn du dich um das Recht kümmerst, ist es nicht ein willkürlicher, diktatorischer Richter, sondern einer, der helfen will, der aufrichten will. und nicht willkürlich hinrichten will. Das lernen wir vom Volk Israel. Gott als Retter, nicht als Richter. In diesem Sinne, Shalom.